Hallo und herzlich willkommen zu Oxidat Deadliest Catch, wie hier auch mittendrin schön steht. Das hier ist jetzt insgesamt mein selbster Versuch, das hier aufzunehmen in drei Tagen, weil immer wieder irgendwas dazwischen kommt, wie zum Beispiel meine Eltern, dass mein Stimmenaufnahmenprogramm einfach abbricht und anderen Scheißdreck. Darum kann ich jetzt eigentlich das Spiel bis zu einer bestimmten Stelle eigentlich schon in- und auswendig. Und darum, ja, ich tue einfach so, als ob sich überrascht, wer das was ist, damit es dann überzeugender klingt. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr, die ganzen Sequenzen anzuschauen. Es gibt eine Hochzeit, bla bla bla. Und ich bin ein Octopus. Ähm, ja, dem Menschen fällt es nicht auf, wenn er eine Kleidung anhat, aber sonst schon. Und... Ähm, wieso funktioniert meine Tasten nicht mehr? Äh... Ja, schön, dass meine Tasten nicht mehr klappen. Wenn ich Rechtsklick mache, passiert... Ja, was geht mit Hand ab? Ey, kann ich das jetzt nicht machen, oder? Ist das absichtlich gerade eben, oder? Ey, davor kann ich das auch machen. Okay, jetzt... Okay, jetzt müssen wir eigentlich wieder gehen. Äh, und das Spiel ist komplett auf Englisch... Ja, okay, jetzt kann ich bewegen. Also, wenn ihr keine guten Englischkenntnisse habt, dann ist es hier nichts für euch. Ich werde auch nicht alles übersetzen, weil es mir echt zu blöd ist. Und wenn ihr es ein bisschen habt, dann könnt ihr euch schon, glaube ich, vorstellen, was das ungefähr bedeutet. Hoffe ich. Und, ja, die Steuerungen sind recht kompliziert mit Linksklick. Ich werde euch noch mal die mehr zeigen. Okay. Hier kann ich euch relativ gut zeigen. Ah, nein, hier ist mein Tisch. Ah, Scheißdreck. Also, mit Linksklick bewege ich meinen linken Fuß und kann ihn so hin- und herwerfen mit der Maus. Ich drehe gerade die Maus in so einen Kreis. Und ich muss dann so in die Richtung schleudern, wo ich hingehen will. Mit dem Rechtsklick nehme ich den rechten Fuß und kann mit dem... Und dann ganz so kann ich mit links, rechts... Mausrad, also das hier, Mausrad jetzt in der Mitte. Kann ich, komme ich in die Hand und wenn ich einfach nur die Maus drehe, bewegt sich die Hand. Mit Rechtsklick, wenn ich halte, kann ich hoch- und runterfahren. Und mit linksklick kann ich zum Beispiel Sachen nehmen, zum Beispiel das da. Ich komme nicht hin. Na egal. So, damit ihr euch noch ein bisschen vorstellen könnt, dass es nicht ganz alles so einfach ist. So, dann gehe ich mal hier hin. Also, kommt sie hin, dann ist es schön, ist es da. Ich hasse die Türen hier, mal ehrlich. Ich hänge immer an den Türen fest. Mal ehrlich, was soll denn das? Okay, komm. Jetzt reisen wir durch. So. Perfekt. Ich fand hier Bow-Tier. Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass das Bow-Tier ist. Okay, aber in Bildern unten könnt ihr vielleicht noch erkennen, was das Missionsziel ist. Wie zum Beispiel hier die Fiege. Perfekt. Das war so geplant. Erst tun wir das hier mal dranpappen. Perfekt. Dann gehen wir hier lang. Okay. Der Weg ist scheißdreck. Also ein bisschen Enttäuschung, dass man da nicht lange mehr kann. Okay. Komm, wir haben ein Muskelpaket. Ich wusste, du wirst nicht cold feet. Ja, ich bin der Bestmann. Hony, wo ist der Bestmann? Ich denke, du musst dir die Rang selbst bekommen. Du brauchst noch Hilfe da? Ja, ich kann. Oh ja. Du bist so schön. Oh, das ist ein Klavier. Wann kann man denn da tun? Okay, ne, ich mach nur den Leuten an. Ich schau mich alle an. Okay. Und da. Fast. Ja, passt. Perfekt. Perfekt. Ich bin so gut. Wahrscheinlich landet dieses Aufnahmeding... Aufnahme? Diese Aufnahme? Wahrscheinlich eh nicht auf YouTube. Das wette ich. Naja, scheiß drauf. Ich mach fest Fun. Zum sechzehnten Mal. Oh ne, jetzt kommt das. Keine Ahnung, ich überspringen. Okay, jetzt nicht erst gleich beim ersten Mal, aber es ist wirklich da. Da fliegt man so runter und da kommen dann so die Namen Degen und so. Und man kann die Dünstein wegknicken. Das kann man auch nicht überspringen, dieser Degen. Mann. Oh ja. Abkontroll auf der Bedeutung auf der Bedeutung durch. Die Tansmose-Gilds-Gilds-Gilds-Gilds-Verserie. Waa-die-jeh. Bedeutung auf dem Punkt. Kann ich ja nicht mehr zu lassen. Waa-die-jeh. Die Tansmose-Gilds-Gilds-Gilds-Verserie. so dann geht es auch wieder weiter am Morgen am Morgen weh, es kommt jetzt einer in mein Zimmer nein nein ah ja, okay, sie sind vorbeigegangen ich höre meine Eltern immer, wenn sie in mein Zimmer vorbeilaufen ja, aber ganz ehrlich ihr müsstet mich mal sehen, wenn ich am Montag aufmache da sieht es genauso aus da sieht es auch irgendwie genauso aus aber ich stelle meinen Wecker doch nicht da hinten hin ich stelle ihn genau lieber ins Bett da klingelt, mache ich ihn aus und dann schlafe ich einfach weiter das mache ich immer okay das haben wir alles hier schon ausgerannt jetzt habe meine Frau zu dem Arbeiten hey, look, dad's up ja, ich bin ab morning daddy morning dad, where do rainbows come from? oh, where do flowers come from? okay, das will euchRun neat Neat! Where do babies come from? Mom is gonna be so mad! Mom's gonna say loud fast things to you! So it's got a bunch of butter... I'm gonna say that it's good! Okay. I think we're gonna go in there. Okay. Then that. I don't need that. So! Let's have a little coffee. So I was stargazing last night while you were off in your man cave. And I snapped a picture of some strange lights. It's probably just a satellite or a lens flare. But you know... What if it wasn't? While you're waiting on your coffee, could you bring Stacy some milk? Soon I'll be a hundred feet tall! I don't know. My typewriter is out of ink. We've got more somewhere, right? Yeah. Okay. Let's do it in there. There we go. There you go. Perfect. Thanks for the milk, Dad! Soon my bones will be made of steel! Your coffee is ready, sweetie! Yeah! Wow! Was war denn das jetzt? Wow! Hilfe! Eh! I'm working on a side project, dear. I'm going to expose corruption in the fishing industry. And I know just the shit. I made your coffee just the way you like it! See salt and tartar sauce! Okay! Das war's jetzt für die erste Folge, weil ich jetzt Essens essen muss und zweitens, was eh, glaub ich, schon über 10 Minuten ist. Das war's! Wieso ist da ein Fisch drin? Egal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sagt, wenn ich was ändern sollte. Sagt, wenn ich was ändern sollte. Sagt, wenn ich was ändern sollte. In die Kommentare. Oder, falls ihr noch irgendwas, Vorschläge habt. Irgendwas halt eben Feedback. Das wär echt nett. So. Dann. Jetzt geht's kurz mehr hin. Dann tschau. Bis zum nächsten Mal.